Bleistift 2, aber auch einen mitgebracht, für jene, die nicht mehr wissen, wie das ausschaut. Das sind ja auch junge Leute hier, die junge Generation. Na, wenn man die Jungen heute fragt, was ist das wichtigste Produkt, dann sagen die Äppel. Na hallo, Äppel. Kann man ja gar nicht essen, das heißt nur so. Ja, also wichtiger ist auf jeden Fall ein Bleistift, wer es nicht weiß, wozu, das erzählt euch die Marina lang. Also ich nehme jetzt einmal den Bleistift, um mich zu fokussieren. Ist auch nicht die ursprüngliche Bedeutung und nicht der ursprüngliche Zweck des Bleistifts. Marina, warte bitte, wir kommen zum Glücksspiel und wir brauchen dich als Glücksfee. Also, Bleistift 1 ist eher politisch jetzt angelegt, umso brisanter jetzt nach Anschlägen in Paris, das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Bleistift 2 ist eher romantisch. Bleistift 2 ist eher romantisch. Bleistift. Bleistift. Mein Bleistift schreibt ein Gedicht. Dabei verzieht er keine Miene, damit er nicht bricht. Bleistift 2. Mein Bleistift schreibt ein Gedicht. Dabei verzieht er keine Miene, weil sie sonst bricht. So, und jetzt zum richtig spannenden Teil des heutigen Abends zum Gewinnspiel. Dann ein mal fürs Regen und dann zum Gewinnspiel. Vielen Dank.